Was geht Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich nach zwei Jahren wieder Fortnite. Ich weiß nicht, wie ihr mich gerade hört. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich weiß nicht, ob ich immer noch so gut bin. Ja, bleibt bis zum Ende dran. Nach zwei Jahren spielt Rufless wieder Fortnite. Heute mal was anderes, also kein Challenge oder so. Heute mal zocken auf PS4. Früher habe ich ja immer ohne Facecam gemacht und heute seht ihr mich zum ersten Mal mit Facecam zocken. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ja, wie ihr seht, habe ich gefühlt überall schon gelandet. Aber, also, ich weiß nicht, das war mein Geschwister. Ja, ich spiele hier als erste Runde heute. Ich würde sagen, wir landen da, weil ich war da noch nicht. Also, ich war eigentlich überall nicht. Also, wir landen einfach jeden Scheiß drauf. Wie gesagt, das haben meine Geschwister gespielt. Ich habe zwei Jahre gar nicht gespielt. Jetzt spiele ich, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Ich muss hier landen. Jetzt spiele ich nach zwei Jahren mit der Fortnite. Jetzt seht ihr mich nach zwei Jahren mit der Fortnite spielen. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Heute mal was anderes. Ich hatte leider keine Zeit. Wenn ich ehrlich bin, ich sage ich mir ja immer ehrlich. Ich hatte keine Zeit, was anderes zu machen. Deswegen zock ich mal heute. Und das ist ja ganz einfach. Mammus gefühlt. Ja. Oh, da ist jemand. Oh, da ist er. Boah, ich bin so gut, ne? Ich habe mich ehrlich verbessert, aber man merkt das. Boah, das ist ein Neupumpen, ne? Das habe ich noch nie gespielt. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Egal. Scheiß auf. Gold ist immer besser. Ich würde sagen, wir pushen mal, ja? Oh, das ist ein Auto. Was war das denn? Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist erste Runde. Also ich habe gar nicht, ich bin gar nicht aufgewärmt. Nix. Einfach direkt reingegangen. Man sieht nur, wie sie den Sieg holen können. Also, es ist ehrlich, erste Runde ist kein Spaß. Oh, okay, da ist jemand. Da ist er. Ja, was ist los? Hä? Was war dein Ziel? Was heißt überhaupt? Das ist nicht zum ersten Mal, ehrlich. Nein, egal. Scheiß auf. Leute, wie gesagt, tut mir leid. Für diese Woche müssen wir das so klären. Aber ab nächster Woche geht es wieder los. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh nein. Was habe ich gemacht? Oh nein. Oh nein. Hey Was geht hier ab? Nein, weiß was. Ja, okay, das war's. Warum schiebt der nicht? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich bin. Ich habe hier ab. Ich bin. das war nicht einfach das war so einfach ne egal kommen wir müssen jetzt pushen also ich hätte erwartet dass er so gut schatten wird ehrlich jetzt durch den das war schüsse da vor mir guckt die hol ich jetzt einfach ist das Gold? Ne, das ist weiß, der ja. Egal, Müll. Oh, es ist einfach, nehm ich mit. Oh. Okay, er wird Krieg, er wird Krieg. Guck jetzt. Los, schieß. Das gefällt mir gar nicht. Er ist weg. Noch 15 Leute, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen, wie gesagt. Ja, hier kriegt man keine Fallschaden mehr, ne? Oder ist das jetzt, warum krieg ich jetzt keine Fallschaden? Ich glaube, wegen dieser, wer ist noch mal hier? Was denkt ihr, gewinnt die Runde? Schreibt mir jetzt in die Kommentare. Schreibt einfach so, vielleicht könnte auch sagen, dass ich gewinne, ob ich gewinne oder nicht, ich post das Video sowieso, weil ich habe jetzt echt keine Zeit, Neues zu drehen. Deswegen müsst ihr das leider zu gucken. Aber ich werde wahrscheinlich gewinnen. Safe. Nein, nein. Digger, was passiert hier? Ah. Hähnchen, Hähnchen, da. Ah, da. Trimax ist Noob neben mir. Hinschnipen. Ah, da. Rein da. Nein. Gürzlich. Wann ich andere, warum du jetzt nicht mehr so zu schlagen? Ich spreche mal. Wann ich ja auch hier, ich kann zwei Meter weitermachen. Wann ich? Da? Wann ich? Wann ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Top 5 Also ich muss ehrlich sagen Fortnite bockt wieder ehrlich Ich weiß nicht warum Ich glaube Weil ich einfach gar zu gut bin Weil früher war ich einfach schlecht Ich habe jede Runde Als erstes Ich war Nicht mal Top 50 Früher Jetzt Man merkt einfach Ich bin einfach Besser geworden Sagen wir mal so Ah geht er Nein Der war es nicht Der war Müll Gebe ich es zu Der war Müll Egal nicht schlimm Tschüss ja Wann Komm Muss der Zähnebomb sein Aber wo sind die alle Der ist da Der Ich wusste es Ich wusste es Der war es ein Camper Ehrlich Wenn der mich jetzt killt Ich krasse so aus Ich höre Sollte der mich jetzt Hallo Sollte der mich jetzt killen Sollte der mich jetzt killen Untertitelung Da! Ah, da! Oh mein Gott, da ja chill. Oh nein, Tone Ich schwöre, er ist ohne. Aber ich bin low. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, ja, Talbot. Scheiße. Das war eigentlich erstmal jetzt kein Spaß. und ich weiß nicht wer diese maps aufgemacht hat das wollen dass meine geschwister ich hoffe es euch gefallen gleich das video ist mein kanal und hat die hälfte die sagen dass ich schlecht bin fortheit ein beweis dafür dass ich krass bin dass ich gegen euch gewinnen würde erhält mich wenn ihr mit mir spielen wollte dann machen wir alles mit euch ich hoffe dass ihr euch gefallen da ist nicht zu abonnieren zu reiken dankeschön für zuschauen und tschüss